So, da sind wir wieder, weiter geht's. Mental Hospital 5 für Foxbed. Best Party ever. Wir suchen den Schlüssel. Jetzt hat ein erstes Video gegeben, kurze Vorstellung von dem Ganzen. Zweites Video, haben wir auch schon hier unser Hospital gefunden, aber Hospital ist zugesperrt. Wir brauchen einen Schlüssel. Wir wissen, es gibt ein Brecheisen, das liegt in einem Haus drinnen, auf einem Tisch, aber aus welchem Grund auch immer, nimmt der Trottel nicht in die Hand. Sonst hätte ich schon alle Türen da aufgebrochen. Also, weiter geht's. Wir brauchen den Schlüssel. Und dazu müssen wir uns nochmal ein bisschen orientieren. Da hinten ist eigentlich das Hospital gewesen, oder? Nochmal. Alter, meine Orientierung, bist du deppertet. Da ist das Hospital gewesen, genau. Da kann ich nicht weiter links gehen. Jetzt gehen wir das Ganze immer von der Seite an. Da ist die Bude, die ist zugesperrt. Wir schauen uns das jetzt noch einmal an. Übersichere ich da irgendwas? Komme ich da irgendwo nicht durch? Müsstet ihr da irgendwie durch? Nein. Ich weiß, wo ein Brecheisen ist. Ich meine, jetzt nicht wirklich, was ist, weil es ist. Laufen oder einmal viel? Laufen. 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 Aber da komme ich auch nicht weiter. Da ist auch zu. Und da ist auch zu. Laufen wir wieder zurück. So. Dann laufen wir da weiter. Da war das Haus. Da hat eine Abkommen, die ist zugesperrt. Haus, Tür offen, Glühbirnchen. Ist ja alles da. Aber. Helfen uns da auch nicht weiter. Wir laufen da weiter. Da waren die Glühbirnchen. Da war jetzt da eigentlich unser. Genau. Und da war. Die. Gut gemacht mit der Verschwimmung für die Augen. Und da war unser Windrad. Das heißt, wir kommen von hier definitiv. Haben wir jetzt rechte Seiten komplett durchgeschaut. Schauen. Linke Seiten noch einmal komplett durch. Irgendwo über sich irgendwas. Da genau war die erste Lampe drinnen. Die Sachen, da habe ich mitgenommen. Da war ich auch drinnen. Und da ist nix drinnen. Außer finster. Aber ich mache ein bisschen Sparten mit meiner Lampe. Das heißt, wenn da das Haus war auf der linken Seite. Da war das Gebäude. Kübisse. Dann gehen wir da links weiter. Wir halten uns jetzt mal nur links immer. Waren wir eigentlich da jetzt schon, wenn wir uns immer nur links halten. Ich glaube nicht, oder? Gehen wir mal rundschauen. Das war die. Aha, da schauen wir mal, ob die offen ist da. Nö. Nö. Und schauen wir mal da rein. Waren wir da schon drinnen? Tür ist offen. Also waren wir da auch schon drinnen. Dann gehen wir trotzdem mal kurz rein. Vielleicht merken wir uns dann, wo das Brecheisen war. Schauen wir mal, ob wir das nicht echt vielleicht nehmen können. Nö. Da waren wir drinnen. Da ist aber nichts zum Holen. Ja klar. Wenn wir die Türen offen lassen, wissen wir, wir waren drinnen. Also da, links beim Haus, gibt es nichts zu holen. Dann schauen wir da weiter. Raus wieder hier. Links weiter. Da ist zugesperrt. Da geht nichts. Kommen wir da durch. Nein, natürlich nicht. Links weiter. Links weiter. Da waren wir sicher drinnen. Sehe ich da schon. Und da waren wir irgendwo oder irgendwo ist der Innendesigneraum da. Da ist er. Da ist nichts drin. Das kann aber nicht so schwer sein, bitte. Da spielt noch nichts auf. Haus fertig. Haus fertig. Haus sieht da wieder. Wir bleiben links. Da waren wir auch drinnen. Noch mal schnell rein. Auch da kein Brecheisen und nix. Auch da raus aus der Bude. Da links weiter. Das ist ja nichts. Das ist das Kinderspielzeug. Hier da hinten ist auch eine Bude. Hier da hinten ist ja auch eine Bude. Komm ich da irgendwie hin? Wieso? Ich muss da hinten sicher irgendwie hin. Achtung. Kann ich da auf den Stein auf? Achso. Da ist ja offen. Ja sicher da ist die Bude. Aber ich glaube das ist zugesperrt, oder? Und da links weiter waren wir da schon. Alter. Also ich hätte das zugesperrt. Und da. Ah da ist das Hospital. Jetzt bin ich wieder da. Nein, das kann ja nicht wahr sein. Da gehen wir wieder links weiter. Da ist der Brunitzker. Links weiter. Laufen wir. Da war ich ja schon überall. Da ist nix. Shit da. Was ist da los? Ich werde mich verarschen. Geht nicht auf, der Gotter. Ja bist du Depper. Das fängt echt gut an, Foxbert. Das läuft super. Weil das ist genau wieder da, wo ich jetzt vorher wieder bin. Jetzt haben wir extra eine Runde gelaufen. Und wenn ich da weitergehe, komme links wieder die Windmühle. Scheiß dich an, Alter. Ich muss wieder sicher da. No more. Mit Ruhe. No more. Mit Ruhe. Da sind wir drinnen gewesen. Da war nix. Was ist denn da? Hast du da was? Nein, das ist nicht was hin ist. Okay, nein, da war nix. Da geht es wieder weiter zurück. Das war nix. Aber, als sl equals der Runde. Da war es auf, geht es auf. Also, die Runde wird nicht nur nix. Ich habe etwas über sich hier. Da war ich hinten. Was ist denn da noch einmal? Ach Gott. Es läutet. Kurzen Moment. So, weiter geht die Party auf der Suche nach dem Schlüssel. Also, da sind wir eigentlich überall durch. Wir waren bei den Heiser. Wir waren bei den Heiser da. Ich bin überall links gegangen. Warum habe ich eigentlich keinen Ton mehr? Was ist denn da jetzt los wieder? Hallihallo. Test, Test. So, Ton haben wir auch wieder. Also, Kack-Schlüssel. Finden wir noch immer nicht. Wollen wir schon. Wollen wir überall schauen. Also, ich bin ein bisschen ratlos. Ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Wo wir den Schlüssel finden könnten. Ich scheitere anscheinend schon einmal gleich am Start von dem Spiel. Wollen wir auch schon überrollen. Da komme ich nicht weiter. Da komme ich nicht weiter. Ich bin ein bisschen rein. Jetzt sind wir noch einmal bei uns am Hospital. Vielleicht müssen wir da noch einmal. Schauen wir uns das noch einmal genauer an. Gehen wir mal die Türen durch. Da, zugesperrt. Da ist ja sonst nichts, oder? Da komme ich nicht weiter. Da haben wir gesagt, nein. Nein. Nicht unterhalb was. Irgendwas. Einen haben wir auch schon geschaut. Da war auch nichts. Die zweite Tür da herum, die sehe ich nur, wenn ich das Ding da einschalte. Und dann aber auch noch, wenn ich ganz zugege, da ist auch zu. Und da ist links nichts. Und da ist rechts nichts. Und da ist Mauer. Und da sehe ich nichts. Was ist da? Nichts. Wohl, da ist auch stehen. Da ist noch eine Tür. The door is locked. You have to find the way inside. Ja, das will ich ja die ganze Zeit. Was haben wir jetzt ausgehöst für einen Sporn? Da habe ich die Erde. Aha, finster ist der Bildschirm. Oh, oh. Oh, oh. Die Tür. Triggert was. Oh, oh. Die Tür triggert was. Oh, oh. Die Tür triggert was. Die Tür triggert was. Die Tür triggert. Die Tür triggert. Die Tür triggert. Ja, das ist mir aufgefallen. It would be nice to find the key. Na wirklich. Or anything that can open it. I need to inspect the village more. Okay. Ah, das habe ich vorher nicht gesehen. But I will read it. You should know if you hear the siren. Run away from the village. The death will come to you. And nothing. I repeat. Nothing will help you. Oh, oh. Erinnert mich sehr stark an... Wie hat das geheißen mit der Sirene, die die Aschen lang geflogen ist? Geiler Film. Silent Hill. Hat mir irrsinnig gut gefallen. Was? Ist jetzt die Tür aufgegangen oder was? Also. Offiziell sind wir einmal dort, dass wir wissen, wir müssen einen Schlüssel finden. Ja. Gott sei Dank. Alles einer zu. Und das schreibt das Zettelchen, was ich da gelesen habe. Lauf von der Stadt weg, wenn die Sirene ertönt. Weil der Tod kommt. The Walking Dead. New Episode. On AMC. Next Thursday. Was? 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 Was tut das auch? So. So. Wir müssen uns nochmal die Stadt genauer anschauen. Hat er gesagt. So. Warte. Was ist das für eine? Oh, 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 oh. Das mag ich nicht. Das hört sich nicht gut an. Ich geh weg. Wir müssen. Wir müssen. Heiko, aber könnt ihr nicht nehmen und den niederstechen. Alter, was ist mit euch los? Wir müssen noch einmal Guckitzka gehen. Guckitzka gehen. Guckitzka gehen. Wir müssen Guckitzka machen. Irgendwo muss jetzt der. Der Kumpa. Ah, der geht wieder weg von mir. Das ist gut. Der geht wieder weg von mir. Tschüss. Dann geh ich da weiter. Was? Da weiter. Aber ich hab ja schon alle Häuser durch. Oh, das ist die Rede. Nein. 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 Ich hab ja schon alle Häuser durch. The door is locked. I have to find something to break it. Aha. Da müssen wir hinein. Und wenn der Trottl, Entschuldigung, Trottl, vorher das Brecheisen mitgenommen hätte, hätten wir es jetzt in der Hand. Könnten das aufbrechen? Könnten da einigen? Nein. Nein. Macht er natürlich nicht, ne? Brecheisen. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo das Brecheisen ist. Alter Scholli. Alter Scholli. Wo ist das Brecheisen? Ah, da ist einer. Aua. Hey, das tut ja weh. Jetzt kann ich da suchen gehen. Wo will ich das Brecheisen anfinden? Das ist super klasse. Nur weil der Trottl das vorher nicht mitgenommen hat. hat eh nichts im Inventar drinnen. Ist der noch da? Sieh, ist der noch da? Mach auf. Mach zu. Mach zu. Hallo, 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 hallo. Weil, da kann man das sicher nicht aufmachen, ne? Bist du da? Ja, du bist da. Ja, du bist da. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Gib mir bitte ein Brecheisen. Da ist es nicht. Nein, da ist es nicht. Shit, Alter. Wo war das Brecheisen? Da unten. Der geht nach links. Schon leise. Shit. Ja, ich bin nicht. Ich gehe verkehrt. Oh, da sind da auch eine. Oh, shit. Oh, shit, lauf da raus. Laufen, laufen, laufen. Oh, da ist, alter Schalter. Jetzt kommen sie schon langsam alle da. Oh, 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 oh. Da sind wir gekommen, gell? Da sind wir falsch. Oh, 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 oh. Weg, lauf. Nein! Alter Schalter. Ich bin auf Diät. Du Diät. Okay. Man kann auch sterben. Und wir sind draußen aus dem Ganzen. Geiles Scheiß. Gut. Wir haben getriggert anscheinend, dass wir die Sirene auslösen mit der hinteren Tür. Wir wissen, dass ein Haus zugesperrt ist dort auf der linken Seite. Wir wissen, dass wir eine Brechstange brauchen. Und das muss ich finden beim nächsten Video. Mach's gut. Bis zum nächsten Video.